Da bin ich. Mädels, ich bin zwei Minuten zu spät. Ach, haje. So, ich habe immer die Sonnenbrille angezogen. Eigentlich sollte gar nicht so schönes Wetter werden. Aber, ja, ihr seht es, nun scheint sie doch die Sonne. Und bevor ich euch immer so ankneifen, kniep, kniep muss, habe ich mir dann jetzt doch mal eine Sonnenbrille angezogen. Ich bin es aber immer noch geguckt. Na, guck, guck. So, ich warte trotzdem noch mal, dass hier ein paar Leute sind. Geben mal die Bitte. Schreibt mal einer bitte Hallo, Hallo, damit ich sehen kann, ob ich eure Kommentare sehen kann. Ich bin immer noch nicht fertig mit Ausrichten. Ja, Mann. So. Okay, ein paar sind schon da. Da. Sehe ich was? Hol ihn ins Video. Nein, wir holen keinen weiter. Und hier dazu ist recht, wenn ich alleine quatsche. Okay. Hallo zusammen. Ich weiß nicht, wer da ist. Ein paar sind schon da. Schreibt mal einer was? Oder sehe ich keine Kommentare? Hm. Hm. Muss ich wieder hier irgendwo wischiwaschiwuschi? Ich bin schon nach links, um die Kommentare zu sehen. Ja, habe ich gemacht. Hallo, ich sehe auf jeden Fall, dass die Annette, die Mareike, die Marita, die Renate, jawohl, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Hallo, Marita. Hallo, Renate. Hallöchen, ihr Lieben. Oh, ich sehe die Blume. Hallöchen. Tietje, Carina. Hallo. Oh je, immer diese Kocherei. Ja, ich habe schon überlegt, das zu verlegen. Aber manche schlafen gerne am Sonntag lange. Und ach ja, irgendwas ist immer im Weg. Da haben wir mal was zu tun. Vielleicht möchte man auch was nähen oder so. Na, ganz egal. Also, wie gesagt, die Sonne blendet mich gerade total sehr. Aber bevor die Sonne euch alle blendet, weil ich irgendwie mit der Sonne filme, filme ich dann doch gegen die Sonne. Na, so. Ich habe heute übrigens auch mein Hemdchen an. Ach, wir müssen ja nicht auf den Bus. Nö, das nicht. Ich verspreche euch, ich mache auch nicht allzu lange, aber die Brille ist viel zu groß. Mein Kopf ist zu klein. Das rutscht mir hier voll über die Ohren. Was ist das denn? Ja, mein Hemd. Ich habe es extra mal euch zu liebe angezogen auch. Damit ihr mal sehen könnt. Ja, es passt auch. So. Ist nicht ganz so warm heute. Obwohl, hier hat es gestern geregnet und man irgendwie 8 Grad oder so. Dann dachte ich, oh toll. Jetzt musst du mal doch gucken, wo du in der Bude irgendwie noch ein Live machen kannst, wo der Hintergrund nicht ganz so uselig ist. Boah, das ist irgendwie alles zugestellt. Oder nicht gut beleuchtet. Naja. Dankeschön. Und deswegen bin ich froh, dass jetzt doch die Sonne rausgekommen ist und es doch ein bisschen wärmer geworden ist. Und ich hier draußen mein Live machen kann und mich nicht in die Bude verkriechen muss. Das ist doch viel schöner. Ja, wir sind immer noch beim Thema Herausforderung. Und ich hatte euch ja, ja, Susanne, das Shirt da drunter war so ein ganz, so ein ganz Billo-Shirt. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Irgendwo ganz, ne. Hat auch nicht so richtig gepasst. Ich habe dann an der Seite, sieht man das hier, so ein bisschen was eingenäht. Und habe mir dann einen Abnäher rein. Und habe mir das passend gemacht, weil ich das Motiv total süß fand. Das habe ich einmal gerade umgeschmissen. Ja, wir sind also immer noch beim Thema Herausforderung. Und ich hatte euch ja letzte Woche gesagt, dass ich dann doch noch was gemacht habe, was auch noch eine Herausforderung ist. Passend zum Motto eigentlich und passend auch zu dieser Bluse. Da meine Herausforderung ursprünglich war, etwas aus Webware zu machen, habe ich mir gedacht, und ich beweise euch, dass selbst Schnitte oder Dinge, die eigentlich für Webware gedacht sind, die kann ich trotzdem ganz einfach aus Jersey machen. Und ich bin hingegangen und habe mein ursprüngliches Jeanshemd einfach nochmal komplett aus Jersey genäht. Ich hatte einen Jerseystoff mit Karo drin und Blümchen. Den fand ich von der Farbe her total niedlich. Und irgendwie bei Karo muss ich immer, immer, immer an Hemden und Blusen denken und kann an nichts anderes denken. Und deswegen musste da auch so ein Hemd draus werden. Und das hat tatsächlich geklappt. Also man muss sich nicht wild machen lassen, tatsächlich, dass irgendwas aus Jersey nicht geht, was verwebbarer ist oder umgekehrt. Einfach mal machen. Wir sind bei Keizung. Also einfach mal machen. Susanne, du träumst von deiner Herausforderung. Der innere Schweinehund. Was hält dich denn noch ab? Hast du Angst, deinen Stoff zu verschneiden oder hast du Angst zu scheitern? Das ist doch Quatsch. Irgendwas kann man immer noch draus machen. Und wie gesagt, also ich wollte euch heute zeigen, dass tatsächlich das Ganze auch aus Jersey geht. Und ich zeige euch das einfach mal. Und gehe auf Seite. Und hier seht ihr, ich komme ein wenig näher ran. Nein, ich tue die Puppe ein bisschen näher ran, meine Emma. Und seht ihr, was dabei rausgekommen ist, wenn ich das Ganze... Hallo, Annette. Hallo, Sandra. Susanne. Keine Ahnung, vielleicht das Wort Paspelknopfloch. Das ist wahrscheinlich schon so gruselig für mich. Oh, Susanne, so ein Paspelknopfloch kann man noch üben. Ist doch gar nicht so schwierig. Mensch, machen. Ja, nun gut. Also, wir waren also erstmal hier bei meinem Hemdchen. Also, das ist tatsächlich komplett aus Jersey genäht. Und ich habe also auch, weil ich das hasse wie die Pest, weder den Kragen hier, weder den Steg, noch sonst irgendetwas irgendwie mit Vlies hinterlegt oder so. Weil ich einfach dieses Vlies, die ich mag, das ist dann nachher so steif. Es gibt doch dehnbare, ich weiß. Aber das ist aber noch ein Unterschied. Und für mich war es die Herausforderung, das eben hinzukriegen, ohne mit Vlies zu arbeiten. Ohne irgendwie was unterzulegen. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Ja, es ist halt, ne? Das ist jetzt nicht fest oder so. Aber das muss ja auch kein Stegkragen werden, ne? Der soll ja schön ungeschlagen aussehen. Und deswegen hat das eigentlich auch wunderbar ein Jersey geklappt. Man muss das nicht in Webware machen. Und ich habe auch tatsächlich, dass es ja eh alles leger geschnitten ist, gar nichts am Schnittmuster verändert. Ich habe das alles so gelassen. Ich habe also auch hier unten die, wir waren da so bei Manschetten, ne? Auch die Manschetten, das ist also alles nicht irgendwie verstärkt oder so. Das ist alles schön, weich und gemütlich. Das Einzige, was ich halt gemacht habe, ist hier auf der Innenseite habe ich diesen, sieht man das hier, diesen Streifen, ein wenig breiter gemacht. Dass, wenn man das so umschlägt und so trägt, dass da nicht so ganz viel von der Innenseite rauskommt. Weil, seien wir mal ehrlich, der einzige Nachteil an diesem Jersey ist natürlich, dass der von innen weiß ist. Das ist natürlich der Vorteil an dem Hemd, was ich jetzt hier anhabe. Das ist von innen genauso gemustert. Ja, und bei Jersey ist es halt so, ne? Das ist von innen weiß. Das ist so der einzige Nachteil. Aber ansonsten, also falls ihr mir das nicht glaubt, ne, da, ihr seht das, den war, es ist tatsächlich ein Jersey. Und, ähm, so, jetzt schiebe ich Emma mal wieder ein Stückchen weg, damit ich auch mal wieder ins Bild kann. Ne, bei dem hier, Moment, ich muss gucken, seht ihr das? Das ist halt von innen dann in der gleichen Farbe. Und, ähm, das ist vielleicht dann ein bisschen einfacher, aber okay. Ja, ähm, Jersey. Ist super bequem und, äh, das hier ist auch bequem, was ich jetzt genäht habe, natürlich, ne? Und ursprünglich war es ja auch dafür gedacht. Und dann hatte ich wieder so blöde Ideen und meinte dann, ich müsste das unbedingt auch nochmal als Jersey nähen. Habe gedacht, ich probiere es mal aus und es hat tatsächlich funktioniert. Und, ähm, die Druckknöpfe, ja, die Druckknöpfe sind wieder, äh, die gleichen eigentlich, die ich hier auch habe, ne? Das sind diese Permutt-Druckknöpfe, das sind Jersey-Druckknöpfe. Und ihr seht, das geht, äh, das geht einfach, ne? Also ich muss nicht, äh, andere Druckknöpfe haben. Die Jersey-Druckknöpfe kann ich also für alles verwenden. So. So, das Vorderteil bis zum Ärmel doppeln. Ja, hatte ich überlegt. Aber, ähm, Jersey klebt ja auch immer so ein bisschen. Und, ähm, ich hatte das mal angesteckt und irgendwie war das denn, das hat dann Falten geworfen und irgendwie habe ich mich dann auch nicht wohl gefühlt. Und dann habe ich gedacht, ach Quatsch, das bleibt halt so. Ganz einfach. Also ich hätte es vielleicht auch noch, ja, ein bisschen breiter machen können und nicht ganz hinterlegen. Ich habe es überlegt, aber ich habe es dann einfach nicht gemacht. Fertig ist es. Einfach machen könnte gut werden. Genau so ist es. Genau so ist es. Ich habe einfach mal gemacht, ähm, weil, äh, zu viel Nachdenken blockiert einen einfach, ne? Immer so, ah, das geht, hm, ich weiß nicht, äh, so ein Kragen, wenn der so weich ist, dann muss man doch hinterlegen. Und dann muss doch Fleece rein. Und, ähm, ja, muss es nicht. Warum? Bis sich sowas kann, dauert es so lange, das erlebe ich gar nicht mehr. Oh, Angie, natürlich erlebst du das. Natürlich erlebst du das. Ähm, ja, letztendlich habe ich, war das keine so große Kunst. Schnitt musste abnehmen, die Ärmel konstruieren und der Rest ist Improvision. Und einfach Improvisieren, Improvisation, Improvisation, naja, ihr wisst, was ich meine. Ah, Gott. Ja, äh, ich habe einen Hut aus Jersey genannt mit Verstärkung, obwohl das erstmal nicht geht. Ja, pff, hallo, warum denn nicht? Bei einem Hut ist es auch vielleicht ein bisschen schwierig. Also, wenn man den jetzt aus Jersey macht und verstärkt den nicht, ähm, dann gibt es vielleicht eher eine Mütze. Und bei einem Hut ist ja vielleicht, man braucht ein bisschen Form oder so. Ja, von daher, ähm, alles gut. Aber Angie, also wirklich, das schaffst du auch, hallo. Das ist, ich habe auch nur eigentlich das Größte überprobieren. Das habe ich von Sven ja gelernt, ne. Einfach mal ausprobieren, einfach mutig sein, einfach mal, ähm, das machen, worauf man bockert eigentlich. Ne. Und da ich ja nicht so der Webwarefreak bin, habe ich gedacht, na gut, kannst du auch aus Jersey, ne. Ja, und schon habe ich mal das, ich habe die von hinten noch gar nicht gesehen, ne. Obwohl das ja nicht so schön. Huch. Ist auch mit dieser Falte hier, ne. Gut, die ist mir hier oben ein bisschen auseinandergeklafft. Die sollten ja hier eigentlich in der Mitte zusammen sein, diese Legsbums falten. Aber egal. Ist egal. Mir gefällt es trotzdem. So, und unten habe ich das mit dem Beleg. Fuppeli-fupp. Ich ziehe es mal hoch, auch wieder so ähnlich gemacht. Ich habe das tatsächlich alles auch noch mit der Overlock zusammengenäht. Und hier mit der Overlock entsprechend versäumt, äh, versäubert. Einfach, weil ich es schön finde, damit sich die Rinder halt nicht so aufribbeln, äh, aufrollen. Und, ähm, ansonsten ist tatsächlich, die ganze Bluse ist mit, mit der Overlock grundsätzlich mal zusammengenäht worden. Und nur Ziernähte und Nähte, die man halt hier so sieht, die habe ich also, ähm, mit der normalen Nähmaschine dann zum Schluss gemacht. Aber grundsätzlich ist das Ding einfach mit der Overlock zusammengenäht. Ich habe da ja eh keine Hemmung, ne. Also im Normalfall, ich nähe sogar meine Jeans erstmal mit der Overlock zusammen. Weil ich zu faul bin, ähm, äh, erst alle Schnittteile zu versäubern und dann das Ganze zusammenzunähen. Ich mache das immer anders. Ich nähe die mit der Overlock zusammen. Und, äh, nähe dann einfach die innere Naht, ähm, äh, nochmal nach, ähm, äh, um das Ganze zu verstärken. Aber so spare ich mir das also erstmal für versäubern und dann zusammennähen, ne. Machen wir alles in einem. Geht viel schneller. So, äh, du kannst dich dran erinnern, sah ich klasse aus, ähm, was? Ja, ich weiß nicht, wer das sagt, dass die zusammen sein müssen. Wir hatten das gerade geschrieben. Ähm, ist auch. Äh, naja, egal. Wahrscheinlich ist das so, wenn ich so Faltenröcke habe oder so, muss man das vielleicht haben, ne, dass das schön zusammen ist. So, ähm, ich drehe Emma nochmal um. So, Emma ist übrigens überhaupt nicht auf meine Maße angepasst. Ähm, ich wollte das immer mal machen, hab's aber nie gemacht. Das heißt, Emma, äh, hat so... Immer halt meine Traumfigur. Da hab ich immer ein Vorbild, wo ich mal hin will. Ähm, nein, Quatsch. Ich war echt immer zu faul und ich hab auch noch nie irgendwie an der Puppe abgesteckt oder so. Ähm, tatsächlich nehme ich das immer nur so zum Trappieren und, ähm, zum Hinnängen und zu gucken, ob mir das so gefällt. Und das ist alles. So, ja, wer hat eben, irgendjemand hat gerade was zum Ausbrenner. Äh, ja, Renate, ich weiß auch nicht, warum die Falten hätten, wie gesagt, zusammen sein müssen. Äh, ich habe meine Bluse damals als Ausbrenner gemacht. Ja, warum ja nicht, Carina, ne? Das geht ja auch total super. Und das ist auch ein total schöner Stoff für eine Bluse, finde ich. Und, ähm, da brauchen wir noch gar keine Hemmung zu haben. Also, es geht grundsätzlich alles aus Webware und aus Jersey. Ähm, ich weiß nicht. Gut, über eine Bikini oder Badeanzug wäre ich mir jetzt nicht so ganz schlüssig, ob ich den aus Webware haben wollte. Ähm, nee. Vielleicht dann doch nicht. Aber, ähm, das ist vielleicht auch ein ganz anderes Thema, was, ähm, äh, da gar nicht in die Kategorie passt. Das ist ja wieder was ganz Eigenes von Deinem. Ähm, aber ansonsten geht alles, Leute. Ehrlich, habt den Mut, das einfach auszuprobieren. Das war irgendwie so der ganze Hintergedanke, den ich dabei hatte, dass ihr einfach mutiger werdet. Ähm, dass ihr mutiger werdet, euch was zu trauen. Dass ihr, ähm, erkennt dadurch vielleicht auch, was ihr alles schon könnt, von dem ihr gar nicht gedacht habt, dass ihr es könnt. Und damit geht die Reise eigentlich weiter. Nur wenn man immer wieder vielleicht was Neues ausprobiert oder so. Hallo Becks! Ähm, kann man auch einfach, äh, äh, weiterkommen, sage ich jetzt mal, ne? Ja, also ich kann natürlich auch sechs Jahre lang jeden Tag, äh, ein T-Shirt nähen. Immer mit dem selben Schnitt, immer mit dem selben Bündchen und weiß ich nicht was. Naja, das ist, äh, da kommt man ja auch nicht mit weiter. Ihr habt doch immer wieder mal was ausprobiert. Vielleicht habt ihr es gar nicht so gemerkt. den Stoff zu versauen. Dann ärgere ich mich. Ja, das ist wohl wahr. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin auch nicht so der Typ von Probestoffen, ne? Also, dass ich irgendwie was probenähe oder so. Da kommt dann schon wieder meine Ungeduld mit rein, ne? Ich bin ja so ungeduldig. Also ungeduldig. Turchtbar ungeduldig. Und wenn ich dann jetzt nochmal erstmal was probenähen müsste und dann nochmal ins Reine, nö. Aber gut. Also vielleicht sind wirklich die ein oder anderen Stoffe mal bei mir hops gegangen da durch. Aber, ähm, ja, gut. Bisschen schwund ist immer, ne? Ähm, das ist aber, da ist aber auch jeder andere, glaube ich, einfach, ne? Also die einen möchten lieber Probenähen und sich dann sicher zu fühlen. Wobei er das ja auch nicht dafür schützt, das in den Sand zu setzen. Das kann man auch so machen. Naja, aber, ähm, grundsätzlich, äh, einfach vorwärts machen. Echt? Also, da brauchen wir auch nichts für einwerfen. Wer war das jetzt? Wer war das jetzt? Wer hat? Anti. Anti, nein, du brauchst nichts einschmeißen. Dafür so ein Quatsch. Es guckt dir doch auch keiner zu, ne? Im Normalfall. Näht man ja so alleine vor sich her. Und wenn es schief geht, ja, boah. Dann näht man was anderes draus. Ne Tasche und hopp. Irgendwas findet sich ja. Naja, wenn das so weitergeht, dann nennen wir einfach die Körbchen von Rosi aus dem Verschnitten. Ja, zum Beispiel. Go. So ist das. Angie, du holst mal was aus der Asservatengabe und kommst zu mir. Ja, mach das. Ich weiß gar nicht, wo du wohnst. Aber mach das. Das können wir durchaus mal ausprobieren. Warum denn nicht? Ja, zum Beispiel die Körbchen von Rosi. Dann fallen mir noch irgendwelche Taschen ein, die man nähen kann. Oder es wird Schlüppis. Schlüppis sind auch immer gut aus Resten. Oder aus mehreren Stücken hier so ein Tuch oder so ein Schal. Ich bin ja ein totaler Fanatiker von den Dingern. Mich sieht man ja eigentlich fast nie ohne. Eigentlich nie ohne. Ich bin süchtig danach. Ich habe drei, vier, fünf Schubladen voll da. Mit allen möglichen Farben und Mustern. Und ich mag das einfach. Versämmeln geht immer, genau. Aber durch jedes Versämmeln lernt man ja auch wieder ein bisschen was. Dann weiß man, okay, hier habe ich vielleicht zu früh irgendwo was abgeschnitten. Oder hier war ich zuvor eidlich und ich hätte da nochmal nachmessen müssen oder so. Bei meiner Größe brauche ich ein Schlüppi noch ein bisschen. Ja, Susanne, ich brauche ja auch ein bisschen mehr für meine Schlüppis. Aber sagen wir es mal so. Wenn wir für uns was nähen, wir brauchen ja grundsätzlich ein bisschen mehr Stoff. Und von diesem Stoff bleibt auch ein bisschen mehr übrig. Und dann reicht das auch für ein Schlüppi. Jedenfalls ist das bei mir so. Ja, eigentlich bin ich schon wieder fast durch. Also so viel zu sagen, habe ich euch ja gar nicht. Ich habe dann natürlich, ich habe auch noch tatsächlich ein Hemd für meinen Mann genäht. Aber der ist heute nicht willig, vor die Kamera zu treten. Und ich habe es jetzt auch oben leider vergessen. Ist auch nur ein einfaches, unifarbenes Jeanshemd aus so einem Chambray-Stoff. Chambray oder so. Und ja, also es war jetzt schon ein paar Mal in der Reinigung. Weil ich bin ja sofort zum Händen bügeln. Wir sind ja da ganz, wir geben die in die Reinigung. Und es kam jedes Mal wieder heil zurück. Und auch keine dummen Kommentare dazu. Also scheint ganz gut zu sein. Ja, wie gesagt, er wollte sich jetzt erstmal nicht zeigen. Aber egal. Ihr habt ja jetzt schon meine zwei Hemden gesehen. Und vielleicht darf ich ihn ja irgendwann mal nochmal da drin fotografieren. Deine Leitung ist brüchend. Hau mal, die Aussätze habe ich, nicht du. Viele kleine Reste reicht auch für ein Schlupy. Ja, klar. Nee, wächst. Also ich gehe wirklich nicht in Serie. Ich habe meinem Mann auch schon gesagt, also das ist, ich habe jetzt einmal ein Hemd für dich genäht. Aber mehr als ein Hemd im Jahr oder vielleicht auch nur als alle zwei Jahre muss reichen, weil ich bin zu faul. Ich würde euch ja gerne nochmal so in die Augen gucken. Das blendet so furchtbar. Wenn ich noch so ein bisschen vorkomme, geht's. So, also ich habe hier vollen VLAN-Empfang. Mädels, an mir liegt das ich. Absolut nicht. Morgens, Susanne. Susanne, ich bin schon fast fertig. Musst du dann gleich vielleicht nochmal nachgucken. Aber so viel ist auch nicht passiert. Nee, das geht also. Oh Mann, ich brauche einen Hut. Ja, aber ein Hut drückt mir ja die Haare so platt. Das geht ja gar nicht. Die sind noch frisch gewaschen. Hier ist noch ein bisschen zottelig alles. Die müsste ich noch ein bisschen auskneten. Ich kriege vom Hüten übrigens immer Kopfschmerzen. Die können noch so weit sein. Das ist ganz schlimm. Also, äh, die Klammer hier ist schon, die ist ganz locker drin. Das ist schon so die Grenze. Wieder extremst, extremst empfindlich. Okay. Ja, was könnte ich euch denn noch Schönes erzählen? Ja, eigentlich ziemlich unspektakulär, was ich so gemacht habe. In dem Sinne, weil, ähm, äh, ja, abgepaust und gemacht, ne? Ja, was soll ich dazu noch sagen? Kann ich nichts zu sagen. Es ist alles Kopftuch. Ja, Kopftuch habe ich tatsächlich schon mal im Sommer ein, damit es hier nicht so heiß wird. Aber, das schützt natürlich meine Augen eher weniger, ne, Susanne? Oder soll ich mir das über die Augen ziehen? Wenn wir so, äh, äh, nein. Ihr müsst mich jetzt halt da mal halt so mit Brille nehmen. Also nicht, weil ich einen gesoffen habe oder so. Ich habe die tatsächlich an. Die ist so geblendet, aber es scheint so schön. Oh, ich schmeiße schon wieder die Puppe um hier. Immer. Moment, ich muss ja immer mal ein Stückchen wegstehen. Dann kann ich ja auch mal ein Stückchen weggehen. Ich kann euch das hier nochmal zeigen, ne? Zuppel, zuppel, wie das immer so ist. So. Ich habe euch auch mal von hinten. Pazata. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Achso, ihr habt es alle noch nicht gesehen, ne? Üh. Ich verschließen mit einer Brosche, mit Schirm. Kopftuch, mit Schirm. Verschließen mit einer Brosche. Was soll ich jetzt mit einer Brosche verschließen, Becks? Schal? Kopftuch? Äh, egal. Danke, Susanne. Ja, wie gesagt, also das war so meine Herausforderung für dieses Jahr. Reicht auch? Nein, Quatsch. Eigentlich ist es fast immer eine Herausforderung, weil ich immer so ein bisschen, ich bin jetzt nicht der Monk, aber so ein bisschen ehrgeizig bin ich dann schon mal und möchte irgendwas Neues ausprobieren. Ähm, ja, mal gefällt mir das, mal gefällt es mir nicht, aber, ähm, es wird eigentlich alles getragen. Boah, es wird richtig warm hier in der Sonne. Ich denke, komm, hier, habt ihr auch so schönes Wetter? Ich weiß jetzt nicht, wie warm es ist. Mal gucken, was meine Uhr sagt. Ähm, Moment, äh, naja, gerade mal, zwölf Grad sollen es angeblich sein. Naja, naja, naja. Das Kopftuch, weil der Vorschlag ja sonst immer bei Svenja kommt. Ja, natürlich, wie gesagt, im Sommer habe ich tatsächlich auch schon mal ein Kopftuch, so für einen Schand oder so. Ähm, von daher, ähm, ist das gar nicht so ungewöhnlich. Das, äh, vermatscht die Haare nicht und, äh, schützt auch ein wenig vor der Hitze, sodass man da kein, dass es kriegt, wenn es zu warm ist im Sommer. Susanne, bei dir sind es bedeckt bei 8 Grad. Nö, also hier ist wirklich, äh, sensationell. bei uns ist, kann man das eigentlich sehen, ja, hinten die Bäume, da so, die haben ja letzte Wochen noch total weiß geblüht. Ähm, ja, ein bisschen was ist noch übrig, aber es ist schon tatsächlich vorbei, ne? Man glaubt das kaum. So, Susanne, du musst jetzt kochen. Das ist schön. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, das wäre natürlich, das wollen wir natürlich alle nicht verantworten, dass dein Mann zusammenbricht. Aber wie gesagt, also, äh, ich quassle dir jetzt auch schon seit 26 Minuten. Und, äh, ja, das reicht auch eigentlich. Also, falls nicht irgendjemand noch irgendwelche Fragen hat oder so, ähm, ja, Susanne, ich wünsche euch natürlich auch guten Appetit. Falls jetzt nicht nur irgendjemand irgendeine Frage hat oder irgendwas von mir wissen will oder so, letzte Gelegenheit. Nächste Woche kann ich nicht. Dann bin ich nicht mehr online. Ähm, dann würde ich sagen, ich genieße, glaube ich, das schöne Wetter noch so ein bisschen. Und, äh, wünsche euch auch einen ganz, ganz tollen Tag. Und, ähm, ja, werde mich jetzt verabschieden mit einem letzten Blick auf mein zweites Hemd. und hoffe, ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Leibs wenigstens ein bisschen Angst nehmen und ein bisschen Mut machen. Das wäre doch was, oder? Habt euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Ihr dürft noch mal auf das andere Hemd gucken. Tatara-ta. Aber jetzt bin ich weg. Ciao.